An einem schönen Sommertag gehen Julina und ihre Mutter ins Schwimmbad. Sie trafen den blinden James. Willst du neu hier? Hast du ein Hobby? Ja, ich spiele gern Gitarre. Soll ich dir ein Lied vorspielen? Na klar. Als er die Gitarre weglegt, fällt er in das Wasser. Arme bewegen, Beine bewegen. Dann geschieht das Wunder. James kann schwimmen. Alle sind froh darüber und gehen nach Hause. Alle sind froh darüber und gehen nach Hause.